Hallo zusammen! Jetzt im Winter muss man wieder mehr Zeit für die Dinge des Alltags einplanen. Man muss mehr Klamotten an- und ausziehen oder man sollte beispielsweise den Motor warmlaufen lassen. Das kann ich Ihnen übrigens nur wärmstens empfehlen. Bei so einem Kaltstart im knackig kalten Winter, da kann der Motor sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Vorteil der Aktion ist, der Innenraum wird auch schon schön kuschelig warm für die bevorstehende Fahrt. Mann, Olaf, ein Autorexperte wird aus dir aber auch nicht mehr. Kaltstart schaden dem Motor nicht und das warmlaufen lassen ist nicht mehr nötig. Die Lärmbelästigung kann dich im Zweifel sogar zehn Euro kosten und das Geld kannst du dir doch sparen. Frau Popeschko aus Weiblingen, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Was meinen Sie, wer hat denn von den beiden den besseren Vorschlag? Ups, gute Frage. Ja. Schätze ich mal Annelie. Sie glauben da fest an Annelie, dass es Ihr Lösungsvorschlag ist, was man morgens machen soll mit dem Auto. Wenn dem so sei, dann wären das 250 Euro für Sie. Wir gucken mal rein. Ich habe recht. Den Motor im Winter warmlaufen zu lassen hat wenig Effekt, vergeudet sinnlos Sprit und ärgert nur die Nachbarn und ist deshalb tatsächlich verboten. Moderne Motoren kann man auch an kalten Tagen unbesorgt von Anfang an belasten. Wer sicher gehen und den Motor schonen will, der sollte es allerdings etwas ruhiger angehen lassen. Am besten möglichst früh hochschalten und nicht gleich Vollgas geben. Das freut auch die Nachbarn und schont die Umwelt. Frau Popeschko, ich grüße Sie noch mal und gratuliere zu 250 Euro. Vielen Dank. Das ist doch cool, oder? Gell. Also wenn Sie sich freuen, dann ist das eher so ein vielen Dank. Okay. Aber Moment, Moment, Moment. Das war ja noch nicht alles. Jetzt können Sie richtig ausrasten, dass es die Nachbarn auch hören, denn Sie kriegen obendrauf noch. Ja, es wird besser. Ja. Ja, ich merke schon, das ist das, was Sie eigentlich wollen, ne? Ja. Unseren ARD-Buffet-Kalender für das kommende Jahr 2016. Da stehen so klasse Sachen drin. Ein Kalenderbuch fürs ganze Jahr und das gibt es ja hier bei uns zu gewinnen obendrauf. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen und schönen Tag noch. Tschüss. Ja.